Die Allgegenwart des Tao Wenn wir mit der allumfassenden Ganzheit des Seins im Einklang sein wollen, dann dürfen wir uns nicht herausnehmen aus dem Ganzen. Denn das Tao, die Wirklichkeit des göttlichen Seins, ist allgegenwärtig und offenbart sich nicht nur, wie viele esoterische Pseudotauisten unserer Zeit glauben, in einer malerischen Landschaft, in der ein romantisches Bergbächlein rauscht und imposante alte Bäume mit dicken Wurzeln stehen. Mitten auf einem Rummelplatz und in der schönen Natur, überall, wo wir uns auch befinden, genau dort, offenbart sich das Tao. Mitten auf einer Kreuzung zur Hauptverkehrszeit, wenn viele Autos mit großem Lärm durch die Gegend rasen, genau dort ist es gegenwärtig. Natürlich auch im Wald und in der Stille. In jeder Erscheinungsweise des täglichen Lebens begegnet uns das allem zugrunde liegende und somit allgegenwärtige Tao. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Wir brauchen uns keine besonderen Gelegenheiten oder Orte der Stille herbeizusehnen. Deshalb sagt der chinesische Zen-Meister Hong-Chi im 12. Jahrhundert, Wenn du die Leerheit aller Dinge erfasst und diese Leerheit verwirklicht hast, bist du von allen Bewusstseinszuständen unabhängig und in jeder Lage vollkommen frei. Das ursprüngliche Licht ist überall und du bist in klarer, lichter Übereinstimmung mit allem, wo du auch bist. Das Wesentliche ist, innerlich offen und anpassungsfähig zu sein und äußerlich ohne Hast auf die Dinge einzugehen. Sei wie der Frühling, der die Blumen blühen lässt, wie ein Spiegel, der Bilder widerspiegelt und du wirst über allen Tumult erhaben sein. In allen Situationen des Lebens offenbart sich uns die Wirklichkeit des göttlichen Seins. Wir brauchen sie nirgends zu suchen. Mit den Worten des chinesischen Zen-Meisters Ying'an aus dem 12. Jahrhundert Wenn du die verborgene Wirklichkeit sehen möchtest, so ist das sehr leicht. Sei stets gegenwärtig, sodass du bei allem, was du auch gerade tun magst, im Gewahrsein des Geistes bist. Sei es beim Essen, Gehen und Reden und auch bei allen noch so hohen Anforderungen, die der Umgang mit der Welt an dich stellt.